Die letzten 15 Jahre hat sich einiges in der Drogerie verändert und ich habe hier die Drogerie-Klassiker der letzten 15 Jahre. Egal ob sie gut oder ein bisschen fragwürdig sind und wir werden heute schauen, was diese Produkte aus der Drogerie wirklich können und wie sie vor allen Dingen auch in der Kombination aussehen. Und ich hoffe, es geht euch gut und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid zu einer neuen Runde und eines der letzten Videos in 2022. Fürs nächste Jahr habe ich einige Veränderungen vorgenommen für diesen Kanal, die ich dann umsetzen möchte. Ich hoffe, es geht euch aber gut und ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Feiertage. Bevor wir loslegen, freue ich mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt, denn ich sehe wieder in den Analytics, dass mehr als 20% den Kanal nicht abonniert haben, aber trotzdem immer wieder kommen. Und für euch ist es nur ein Klick, für mich bedeutet es die Welt. Ihr seht es, ich sehe extrem fertig aus. Ich habe so schlechte Haut bekommen, aber ganz klar, das liegt definitiv an dem fettigen Essen, an Weihnachten, an Keksen, an Schokolade, an... Ach, ja, Freunde. Aber ich bin wirklich motiviert, so ein paar Tage Auszeit hatte ich mir genommen, die waren auch wirklich, wirklich nötig und deswegen dachte ich mir, heute kommen wir aber mit ein paar Knallern, hoffentlich zumindest, zurück hier ins YouTube-Studio und ich möchte auch gar nicht so viel Zeit verlieren und direkt starten. Ich habe ein paar Produkte gekauft, bei denen ich der Meinung war, dass sie wirklich so Klassiker sind. Und unter anderem das Essence Soft-Touch-Moose-Make-up. Das Ding benutzt meine Oma seit bestimmt 15 Jahren und das sieht bei ihr phänomenal aus. Und ich dachte mir, okay, meine Oma ist eh eine der schönsten Frauen, die ich kenne. Wenn das bei ihr gut aussieht, muss es bei mir auch gut aussehen. Ich mag ja beispielsweise das Asam Beauty Magic Finish für den Alltag sehr gerne. Das hatte ich so aber noch nicht getestet. Ich hatte ein TikTok letzte Woche gedreht, das ist auch ein bisschen durch die Decke gegangen, aber wir werden es heute nochmal probieren. Was ich auf jeden Fall bei dem TikTok gemerkt habe, ist, dass wenn ich die benutzen möchte, ich sehr, sehr, sehr viel Pflege brauche. Gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, es ist trocken, meine Haut sieht aus, wie sie halt gerade nun mal aussieht. Das ist auch in Ordnung. Aber ich habe überall trockene Stellen und trockene Flakes und diese Foundation ist sehr, 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 sehr matt. Also die nimmt dir das ganze Leben aus dem Gesicht und dafür brauche ich Pflege. Ich habe mich auch schon vorbereitet und freue mich, dass ich euch als einer der ersten YouTuber die neuen Sheet-Masken von Jepoda vorstellen kann. Ihr wisst es, ich liebe die Produkte von Jepoda und ich war richtig, richtig hyped, als ich gehört habe, dass es drei verschiedene Sheet-Masken, Gesichtsmasken von Jepoda jetzt geben würden. Ich habe auch natürlich dafür einen Rabattcode, wenn ihr sie unbedingt mal ausprobieren wollt. Aber ich will sie euch erst mal vorstellen. Drei verschiedene gibt es. Wir haben einmal den The Recovery Moment mit Panthenol, Calendula, Komplex und Niacinamiden. Die sorgen dafür, dass die Haut richtig schön beruhigt wird. Die habe ich tatsache auch schon benutzt letzte Woche. Wir haben den The Rescue Moment. Das ist etwas, was ich mir definitiv fürs Wochenende vornehmen werde. Denn wir haben hier AHA, PHA und Eigenkomplex mit drin, was die Haut so ein bisschen peelt und dafür sorgt, dass die Haut richtig schön frisch aussehen wird. Und wir haben die Maske, die ich heute mit euch gemeinsam auftragen möchte, den The Timeless Moment. Eine Slow Aging Gesichtsmaske mit Peptiden- und Beerenkomplex. Die ganzen Masken sind, und das ist wirklich wundervoll, zu 100% biologisch abbaubar. Und die Verpackung ist einfach aus Kartoffeln. Also ihr merkt es auch, das Ganze fühlt sich trotzdem sehr, sehr hochwertig an. Aber die verpacken uns aus Kartoffeln und die Maske ist aus Cellulose und somit auch komplett biodegradable. Also zersetzt sich mit der Zeit. Und wir haben keine schädlichen Inhaltsstoffe. Ich nehme die Maske einmal raus und das Schöne bei diesen Masken ist, wenn ihr auf Masken steht, die wirklich sehr, sehr, sehr viel Serum haben, dann seid ihr hier definitiv mit am Start. Und man merkt auch, dass das keine Drogerie-Masken sind, die nur so leicht getränkt sind, sondern ihr habt wirklich ein super sattes, mit Feuchtigkeit und mit Serum getränktes Erlebnis. Ihr habt eine schöne, große Gesichtsmaske, die perfekt aufs Gesicht passt. Ich schneide mir das meistens hier in der Mitte einmal auf, dass ich es auch richtig schön an mein Gesicht anlegen kann. Und ich möchte euch gerne ein bisschen was über diese Maske erzählen, denn die sorgt dafür, und das muss ich mir ein bisschen genauer anschauen, Feuchtigkeitsspenden mit Aloe Vera und Vegan-Peptiden, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgen. Wir könnten auch eigentlich mal wieder Masken am Montag machen, oder? Anti-Aging. Stärkt deine Haut mit Antioxidantien, die sie vor schädlichen Substanzen schützt, und Peptiden, die sie stärken und die Regeneration fördern. Also genau das, was ich brauche. Ihr merkt also, die ist super, super feucht. Ich habe die Masken letzte Woche auch schon benutzt, und ich habe also mehr als 15 Minuten auf jeden Fall Feuchtigkeit verspürt. Diese günstigen Drogeriemasten, die verdampfen innerhalb von 2-3 Minuten, und dann ist die Haut so trocken. Hier habt ihr richtig, richtig schön viel Feuchtigkeit und Pflege. Das Ganze fühlt sich super schön frisch an. Ich werde das Ganze mal 15 Minuten drauf lassen. Und in der Zwischenzeit könnt ihr gerne einmal auf die Jepoda-Webseite gehen. Da könnt ihr mit meinem Rabattcode nochmal 30% sparen. Probiert sie wirklich aus. Das Ganze ist mehr als das, was ihr an Gesichtsmasken kennt. Ihr habt erstmal eine super hochwertige Verpackung mit diesem kleinen Bändchen, was ihr dann aufdrehen könnt. Und in jeder Verpackung habt ihr 5 Masken. Also wenn ihr jede Woche eine macht, kommt ihr mehr als einen Monat damit aus. Und ich finde, einmal die Woche reicht das auch, weil das wirklich ein sehr, sehr pflegendes Erlebnis ist und die Haut super schön wird danach. Und vor allen Dingen gerade, wenn es etwas Wichtiges ist. Ihr habt was vor. Aber ihr wollt wohin gehen? Vielleicht vor Silvester oder jetzt auch nach dem Neujahr? Eurer Haut wird es mit Sicherheit ähnlich gehen wie meiner. Nach der ganzen Esserei und nach der Feierei ist die Haut einfach extrem überlastet. Und mit den Masken könnt ihr wirklich was Schönes für eure Haut tun. Ihr wisst es, die Jepoda-Produkte sind alle vegan und cruelty-free. Made in Korea. Also ihr habt wirklich hochwertige Inhaltsstoffe in den Produkten. Und ihr merkt wirklich einen Unterschied. Also wenn ihr schon Fans von Jepoda-Pflegeprodukten seid, dann ist das definitiv ein Must-Have. Falls ihr Jepoda noch nicht kennt, probiert gerne mal die Masken aus, weil die damit wirklich innerhalb von kürzester Zeit einen sehr, sehr tollen Effekt erzielen könnt. Ihr habt Pflege innerhalb von 15 Minuten, ist eure Haut einfach super schön geschmeidig und glatt. Und ich würde vorschlagen, ich mache jetzt mal kurz 10 Minuten Pause. Ihr seht das, wie schön meine Haut mit Feuchtigkeit versorgt wurde. Ich liebe dieses Gefühl. Und ihr könnt das restliche Serum einfach noch richtig schön in eure Haut mit einarbeiten. Und damit ist die Haut tatsächlich auch perfekt vorbereitet für dieses Mousse-Make-up. Und ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu den Produkten schreiben, die ich euch jetzt gleich zeige. Denn das Soft-Touch-Mousse-Make-up auf TikTok war... TikTok ist nochmal so ein bisschen was anderes. Da musst du halt ein bisschen provokant sein. Und wenn ich sage, wenn du... Ich habe gesagt in dem Video, wenn du diese Foundation benutzt, hast du die Kontrolle über dein Leben verloren, weil das natürlich auch so ein bisschen triggert, ne? Dieser Satz. Aber ist ja auch völlig in Ordnung. Und viele haben mir geschrieben, dass sie die wirklich, wirklich gerne benutzen. Ich habe dann auch gefragt, wie sie sie benutzen. Sie meinten, sie haben sie mit den Fingern aufgetragen. Und das möchte ich auch erstmal probieren. Ich habe sie neulich mit einem Pinsel aufgetragen. Da war mir das aber viel zu viel. Und das Schöne ist, die ist vegan, ist leicht. Und, das muss ich auch bestätigen, die fühlt sich auf der Haut so an, als hätte man nichts auf der Haut. Falls ihr dazu eine Meinung habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Vielleicht ist das ja auch ein Produkt, was man in den Alltag so ein bisschen integrieren kann. Ich gehe jetzt erstmal ganz leicht rein. Das Ganze fühlt sich sehr mußig an. Ich habe sie in der Farbe 4. Ich weiß nicht, ob das so die richtige Farbe ist. Aber, ich blende mir das Ganze mal mit dem Finger ein. Und ihr seht sofort, ihr habt eine sehr, sehr leichte, zarte Deckkraft. Und ich habe das letzte Woche, als ich sie getestet habe, in dem TikTok vor den Feiertagen benutzt. Und dachte mir so, das ist jetzt nicht so meins. Mit dem Finger habt ihr aber viel, 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 viel weniger Deckkraft. Und könnt das Ganze ebenmäßiger einblenden. Und dann, finde ich, sieht das jetzt auch etwas besser aus, als vorher. Was ich sofort sehe, vielleicht habt ihr es gerade auch gesehen. So sieht die einmal farblich aus. Und sobald ich die auf mein Gesicht gebe, verändert die so ein bisschen ihre Farbe. Und ich finde, sie passt sich so ein bisschen an. Vielleicht bilde ich mir das auch gerade nur ein. Aber das Ding ist, die Foundation ist so lange schon im Sortiment. Und ich habe es euch schon mal erzählt, wie gefährlich, wie aggressiv der Markt in der Drogerie ist. Jeder Platz kostet Geld. Und wenn das nicht performt, wird es sofort im nächsten Jahr wieder ausgelistet. Und scheinbar muss diese Foundation sehr beliebt sein. Sonst wäre sie nicht so lange im Sortiment. Ich trage mir das Ganze jetzt nochmal mit dem Schwamm ein, um die Deckkraft einfach ein bisschen zu erhöhen. Und ich finde, so sieht das Ganze auch sehr, sehr gut aus. Ich habe den Schwamm auch jetzt nicht mehr extra nass gemacht. Der ist einfach noch feucht von der letzten Anwendung von gestern früh. Und dann habt ihr eine sehr einfache Deckkraft. Ich glaube, auch im direkten Vergleich seht ihr, dass das Ganze wirklich in Ordnung ist. Sie ist tatsache ein bisschen matt. Da ist ein sehr hoher Silikonanteil mit drin. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil jetzt auch im direkten Vergleich sieht sie natürlich toll aus. Sie ist sehr schnell zu benutzen. Und sie erinnert mich so ein bisschen an diese Cream-to-Powler-Foundation von Trended Up. Es wird jetzt nicht meine liebste Foundation, aber das ist ja auch nicht das Ziel dieses Videos, hier eine neue Lieblings-Foundation zu finden, sondern wirklich die Produkte zu benutzen, die so ein bisschen Drogerie-Klassiker geworden sind in den letzten Jahren. Und das ist definitiv eine Foundation, die dazu gehört. Und was ich festgestellt habe, ist bei diesen Mousse-Foundations oder bei diesen Cream-to-Powler-Foundations, weniger Puder ist mehr definitiv. Am besten gar kein Puder benutzen. im T-Zone-Bereich und sie wirklich ein paar Minuten auf der Haut zu lassen, dass sie schön weich werden kann. Da sind Inhaltsstoffe drin, die wirklich Wärme brauchen, um schön in die Haut zu schmelzen. Und dann sieht man auch so ein ganz bisschen Bewegung durch die Haut. Der Concealer ist definitiv der Klassiker schlechthin. Das war auch einer der ersten Concealer, die ich überhaupt jemals benutzt habe. Und das ist der Liquid Cramouflage Concealer von Catrice. Ich habe ihn jetzt hier in der Farbe 36, Hazelnut Beige. Ich hoffe, dass der jetzt zu der Foundation passt. Das sieht aber ganz gut aus. Der Concealer hat eine sehr, sehr, sehr hohe Deckkraft. Der hat auch einen Duft. Also wenn euch der Duft stört bei dem Catrice Concealer, dann geht zu dem Sensitive Concealer. Das ist meiner Meinung nach derselbe Concealer, nur ohne Duft, mit derselben Deckkraft. Der hält wirklich extrem lange, hat eine super hohe Deckkraft. Und ich erinnere mich, vielleicht erinnert ihr euch auch noch dran, als ich angefangen habe mit YouTube. Das war ein Produkt. Produkt, also ich habe den, meine Mutter musste mir den damals immer kaufen, weil mir das unangenehm war, in der Drogerie Make-up zu kaufen. Würde ich heute nie wieder auf diese Idee kommen, dass mir das unangenehm ist. Aber ich habe so einen Concealer in zwei, drei Wochen auf jeden Fall aufgebraucht, weil ich den auch so ein bisschen als Foundation-Ersatz in der Pubertät benutzt habe. Ich hatte eine sehr, sehr ölige Haut. Ich hatte eine sehr unruhige Haut. Und der war wirklich einer der wenigen Concealer, die gut funktioniert haben. Ich blende mir den jetzt mal so ein bisschen aus. Farblich ist der meiner Meinung nach jetzt ein Stückchen zu dunkel für die Foundation. Im Alltag funktioniert der aber ganz gut, vor allem wenn man wirklich nur so einen Hauch-Concealer haben möchte. Die Deckkraft ist mir heutzutage nicht mehr ausreichend genug. Aber wofür ich ihn sehr, sehr gerne benutze, ist als Lidschatten-Primer. Dafür funktioniert er wirklich super, super gut. Ich bin überrascht, dass er jetzt auch verhältnismäßig gut mit dieser Moose-Foundation funktioniert, weil ihr da so ein bisschen mit den Inhaltsstoffen aufpassen müsst. Ist er auf Wasserbasis, ist er auf Silikonenbasis. Und die Foundation ist definitiv auf Silikonenbasis. Und da ist es ein bisschen schwieriger, Produkte zu benutzen, die auf Wasserbasis sind. Okay, ich finde, aber das ist eine ganz persönliche Meinung, korrigiert mich da bitte, wenn ihr das komplett anders seht. Diese Produkte, die ich jetzt heute hier benutze, erinnern mich auch so ein bisschen an die frühen 2010er. So vom Finish her, von dem Stil her, es ist alles recht matt. Es ist alles nicht so schmeichelnd meiner Meinung nach, wenn man das jetzt hier so kombiniert. Also meine Haut sieht jetzt nicht besonders schön aus. Da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Im Vergleich zu den Produkten, die wir heute benutzen, das ist natürlich auch ganz klar, dass die Brands sich komplett verändert haben und Produkte einfach so eine andere Qualität haben und viel natürlicher und viel besser mit der Haut zusammenarbeiten. Ein Produkt, auf das ich sehr gespannt bin und ich es wirklich nicht glauben kann, dass ich es bestimmt seit vielen, vielen Jahren nicht mehr benutzt habe, ist von Essence, das Brighten Up Powder. Ich weiß, dass das viele von euch sehr, sehr gerne benutzen. Ich weiß, dass Diana das, glaube ich, total gerne benutzt. Und das ist so ein Produkt, das ist wirklich beliebt gewesen. Das ist ein Banana Powder und das soll den unteren Augenbereich oder generell das Make-up so ein bisschen aufhellen. Ich mache das meistens auch im Alltag, aber mit einem anderen Produkt. Das ist hier diese Jaclyn Hill Palette, die Brightening and Setting Palette. Die ist teuer, ich habe sie irgendwann mal gekauft und seitdem habe ich sie halt. Das ist aber eine Drogerie-Version, die gibt es halt auch nur in dieser Farbe. Ich würde mir wirklich wünschen, Essence Call Me, wenn es dieses Produkt vielleicht in Pink geben würde, mit so einem leichten Pinken-Touch. Ich glaube, es gab es sogar mal. Ich kriege es nur nicht auf, das ist das Problem. So sieht das Ganze aus. Es sieht sehr, sehr, sehr hell aus. Ich würde jetzt erstmal vorsichtig mit dem Microfiber Multi-Tool Mini reingehen. Ganz, ganz leicht. Und unter den Augen so ein bisschen auf der einen Seite setten. Oh, es ist definitiv Brightening. Vielleicht sogar ein Stückchen zu viel, aber ich glaube, im direkten Vergleich seht ihr es schon. Ich nehme meinen Pinsel und dasse das nur rüber. Okay, ja. Mit dem Pinsel gefällt es mir besser, wenn man das einfach nur so ein bisschen in dem Bereich tupft, den man aufhellen möchte. Aber krass, okay. Ich hatte das nicht so in Erinnerung. Essence, wir brauchen das in Pink. Selbe Farbe wie das Huda Beauty Easy Bag. Okay, das ist in Ordnung. Auch das ist natürlich jetzt ein Puder und mit trockenen Produkten vorher ist es schon ein bisschen dry auf der Haut. Aber es hat funktioniert. Was man damit sehr, sehr gut machen kann und dafür werde ich es bestimmt auch behalten, ist, hier die Kontur so ein bisschen auffällen, um mehr Kontrast in die Haut zu kriegen. Also, oder ins Make-up zumindest. Hier einfach ein bisschen, hier am äußeren Punkt, unter den Augen direkt, würde ich es vielleicht gar nicht unbedingt benutzen, sondern wirklich nur an den Stellen, die ich aufgehellt haben möchte. Oder hier an der Naso-Labial-Falter. Okay, ein bisschen abnehmen. Und wir haben ein zwar recht mattes Finish, aber das fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Gerade hier so in diesem Bereich kann man benutzen. Was wir noch haben, ist diese Schätzchen hier. Das ist die NYX Highlight & Contour Pro Palette. Als ich mit YouTube angefangen habe, war das der Holy Grail für Contouring. Da war Contouring natürlich auch an sich der Holy Grail. Die krasseste Farbe ist diese hier. Das ist, glaube ich, auch Taupe, heißt die. Ich weiß nicht, ob man die heutzutage noch einzeln kaufen kann. Ich mische mir die und so ein bisschen den Bronzer zusammen und tupfe das ganz leicht hier schon mal hin und habe einen wirklich extrem krassen Konturton. Und blende mir den so ein Stückchen aus. Also wenn ihr noch auf dieses klassische Contouring steht, das ist definitiv die Palette dafür in der Drogerie. Es gibt meiner Meinung nach keine, außer die von Essence, aber die gibt es, glaube ich, auch nicht mehr, diese Mini-Contouring-Palette. Die war auch toll. Es waren auch wirklich diese beiden Farben gefühlt, die das können. Und dann gehe ich gleich mit dem Bronzer hier so ein bisschen lang und wärme das Gesicht an den Stellen wieder auf. Wenn ihr wirklich gerne Make-up macht und viel Make-up macht, ist das ein Produkt, was man definitiv eigentlich haben sollte, weil es ist eine gute Qualität. Es ist ein sehr, sehr schönes Finish und ihr habt einfach einen tollen Effekt. In der Palette sind auch Farben drin, mit denen ihr highlighten könnt. Was ich sehr, sehr gerne benutzt habe, war dieser Ton hier. Das ist so ein Highlighting-Finishing-Powder. Und eigentlich nur dafür lohnt es sich, die Palette zu kaufen, weil das wirklich, ich würde das als 1 zu 1-Dube-to-Hourglass bezeichnen, denn das gibt der Haut diesen super, super frischen Effekt. Und jetzt sieht das Ganze auch nicht mehr ganz so platt aus im Gesicht. Wir haben aber noch ein Produkt, Freunde, und das ist ein Blush. Und ich glaube, das ist der Blush überhaupt gewesen, auch zu dieser Zeit, der Milani Luminoso Blush. Ich benutze den total gerne mit so einem Cream-Blush-Brush, der einfach das ganze Produkt so ein bisschen besser aufnimmt. Das ist ein gebackenes Produkt und der reagiert sehr, sehr gut mit Feuchtigkeit. Also wenn ihr gebackene Produkte benutzt, müsst ihr meiner Meinung nach unbedingt ein Setting-Spray benutzen oder eure Base vorher nicht gesettet haben. Die Haut kriegt einen richtig schönen Glanz. Es sieht sehr, sehr frisch aus. Und die Haut wird so ein bisschen weich gezeichnet. Gerade wenn ihr so matte Produkte benutzt, wie diese Foundation oder viel Puder, ist das definitiv ein Must-Have und sieht super, super schön aus. Also den mag ich immer noch sehr, sehr gern. Es gab den auch noch in anderen Farben. Und ich bin so ein bisschen traurig, dass Milani nicht mehr so beliebt ist, wie es vielleicht früher mal war. Und zu guter Letzt, der Highlighter überhaupt. Das ist krass, wie sich das Make-Up so verändert hat. Der Catrice More Than Glow Highlighter. Das gab es mal in der Carvear Gauche LE und war so beliebt, dass es dann auch ins Standardsortiment gekommen ist. Ich habe den jetzt in der Farbe Supreme Rose Beam. Das ist... Also heutzutage würde man das, glaube ich, auch gar nicht mehr rausbringen, weil das viel zu viel ist. Aber es ist ein sehr... Oh, wow. Glowy Highlighter. Ja, würde ich tatsache so heute nicht mehr benutzen, weil es mir einfach viel zu viel geworden ist. Ich bin auch wirklich nervig, wie sich das Ganze so geändert hat. Man kann ihn auch nicht so wirklich leicht aufbauen, weil er halt sehr, sehr grob meiner Meinung nach ist und dadurch nicht so fein aussieht. Auch hier leicht und dann gefühlt komplett übers Gesicht. Dann habt ihr da ein verhältnismäßig akzeptables Finish. Als Lidschatten oder als Inner Corner Highlight ist der aber, glaube ich, sehr, sehr gut zu nutzen. Was sagt ihr? Welche sind eurer Meinung nach die beliebtesten Produkte oder die Drogerie-Klassiker, die ihr vielleicht auch noch benutzt? Ich habe, und das ist auch gleich das nächste Produkt, was ich benutzen will, eine Mascara. Eigentlich wollte ich diese hier. Ich habe sie nirgendwo mehr gefunden und ich war der Meinung, dass das so ein Produkt ist, was niemals aus dem Sortiment gehen wird. Dafür habe ich dann diese hier gekauft. Das ist die Maybelline The Colossal 100% Black Mascara. Ich weiß nicht, ob das die Originale war, aber ich meine schon. Wir haben ein konisch zulaufendes Bürstchen und diese Mascara ist, glaube ich, auch, also zumindest solange ich mich erinnern kann, in der Drogerie. Ich habe mir darunter was komplett anderes vorgestellt oder in meiner Erinnerung, weil was hat die Mascara jetzt gemacht? Sie hat nur die Wimpern genommen, die da sind und sie ein bisschen schwarz gemacht. Also nichts Klumpiges, nichts Dickes. Finde ich persönlich jetzt erstmal in Ordnung. Ich weiß aber, dass das für viele nichts wäre. Krass. Okay, da habe ich komplett was anderes erwartet. Als Lip Liner fiel mir jetzt nicht wirklich was ein, außer der von Art Deco, der 132er, weil das so ein klassischer Newton war. Meine Lippenfarbe. Die Art Deco Lip Liner sind sehr, 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 sehr gut. Und als Lippenstift ist meiner Meinung nach einer der Produkte die Superstay Inks von Maybelline. Die sind so revolutionär gewesen und die gibt es in so vielen Farben und ich habe mich jetzt hier für die Farbe 05 Loyalist entschieden. Sind meiner Meinung nach einfach definitiv die besten Liquid Lipsticks aus der Drogerie. Und das, Freunde, ja, man munkelt. Es ist auch ein 2010er Gedächtnis-Look. Ist okay. Ist wirklich, ist wirklich okay. Hat mich jetzt aber nicht so massiv umgehauen. Ich bin super gespannt, wie euch dieser Look gefällt. Welche sind eure liebsten Produkte aus der Drogerie der letzten Jahre gewesen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und schaut unbedingt bei Jepo da vorbei. Probiert unbedingt die neuen Gesichtsmasken aus. Ihr werdet sie lieben, weil ihr viele Anwendungen habt mit dem Serum. Kleiner Tipp, ihr könnt die Maske danach sogar wieder reinmachen. Da ist noch genug Serum drin und dann benutzt ihr sie morgen früh dann gleich nochmal. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, die süßen Mäuse. Passt euch auf.